Ja, somit willkommen zurück. Hier bin ich wieder. In der letzten Folge ging es leider nicht so gut, wie ich dachte. Deswegen müssen wir hier nochmal durchschleichen. Diesmal wirklich schleichen. Zumindest weiss ich ja jetzt. Ich denke, du hast einen Job für mich. Job? Alex, du hast den Alex. Natürlich kannst du einen Job haben. Wir können bepartners. Oh, well, hm. Well, es wäre eine Stock Option. 5-10-Year vesting period, obviously. Das wäre sehr lucrative für dich, Alex. In der lang-term. Ich weiß nicht, aber... Sounds gut, Partner. Ja, Sounds gut, Alex. Geht das, Drs. Kann USD sich nicht verlinken? Ja, Schnell? Hm. Mmmm... Amen. Okay, weiter geht zum Text. Kann ich nur noch das für eine Ex-Pro-Di-A-T-E-S-T. Mein Helm habe ich natürlich leider nicht mehr. Das war gut. Licht ist explosiert. Und hier ist das Rad. Oh nein. Wir müssen nachher hier raus. Okay. Schade. Und noch ein Versuch. Äh, ach so. Okay, zum Glück nicht ganz von vorne. Wir müssen nachher einfach schnell... ...durchrennen oder irgend so. Schnell. Schnell, 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 schnell. Scheiße. Was soll das? Noch ein Versuch. Ah, muss ich... Ich glaube, ich muss das Vieh vorher abschießen, bevor es... ...bevor es... ...den Tank auffressen kann. Sonst fliegt ja alles in die Luft. Sonst fliegt ja alles in die Luft. Sooo. Sieht das doch schon besser aus. Ich habe runterbrechen, so. Okay, wir sind noch voll hier. So brauchen wir nicht unbedingt das Ding da. Aber... ...zu... ...vorständigkeit saubern... Dann mache ich das doch einfach mal. So. Jetzt... ...können wir weitergehen. Äh, scheisse. Ach. Komm. Das wollte ich schon sagen. Okay, noch mehr Tote kommen bei uns. Puh, wir haben es geschafft. Okay. Okay, irgendwo wird hier geschossen. Okay. Schauen wir uns erstmal hier hinten hin. Vielleicht gibt es ja hier noch. Okay. Dann rum. Nichts. Okay, schade. Auch hier nichts drin. Okay. 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 weiter geht's. Jetzt treffen wir wahrscheinlich auf fein Kontakt von den Combines. So. Okay. So. So. Die kommt jetzt hier hoch. Das ist nicht so gut. So. Okay. So. 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 wie. So. 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 Tot, gut, Klebeband sehr wichtig, ok jetzt kommen die Combines, natürlich immer nichts dabei, die Taschennappe will ich auch nicht einschalten, noch mehr Munition, wir sind hier, Wir sind hier! Das war's! Geht her! Komm! Come on! Come on, I shot! Where is it? Tod sind noch irgendwo welche da waren das alle sieht gut aus der Wald das war's da die 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 Das war's. Ich glaube, das ist das letzte Mal. Gut, weil wir nicht viel Zeit haben. Das war jetzt Action-Reich. Gut, weil wir nicht viel Zeit haben. Ja. Dann habe ich noch mehr von diesen Combines. Hier wird man wenigstens gut belohnt. Nichts. Schade. Ja. Alle. Auch nichts. Es ist okay. Okay. Wir sind hier. Wir sind hier. Sie müssen viel Zeit bekommen, um die Über-Ride zurückzunehmen. Okay, ich kann den trainieren, hier. Du sicher kannst du das tun? Absolut. Du musst einfach die Terminieren aktivieren. Dann musst du bereit sein, die nicht geben. Ich habe das schon gesehen, ich kann den Tannen gehen. Ich bin bereit, ich bin bereit. Dann bin ich bereit. Was ist das? Ich bin bereit, dass ich das machen muss. Okay. Come. Last time. Ich würde sagen, bevor wir das jetzt machen, machen wir das in der nächsten Folge und sehen dann, wie es weitergeht mit dem Zug. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss! Tschüss! Musik 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 Musik